ARD Text im Auftrag von Funk Dann lasse ich lieber das laufen und dann schneide ich es raus. Also, ich muss jetzt rausschneiden. Es dauert jetzt ungefähr eine halbe Stunde, bis der Daniel sich umgezogen hat. Wegen seinem Shirt. Dunkel macht schlank. Ja, genau. Ich muss noch warten, bis du aufgehörst im Ohr zu pulen. Hält das Ding auf, deine! Hier sind noch ein bisschen netter zu deinem CV. Der hilft dir, wenn du aufs Klo musst. Hallo? Nein. Bereit? Immer. Willst du reinkommen? Nee. Frank hat das einmal gebracht. Das ist noch richtig. Der ist auch jetzt wach. Hast du das gehört? Nee, ne? Boah! 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 Bist du bereit? Ja. Ja, ja. Fly me to the moon! Ach ja, ich muss doch anfangen. Du musst doch anfangen! Ich muss doch was sagen! Das Fieße ist, Frank fängt auch immer an. Und ich bin das immer gewohnt, ich bin bei der Anmoderation immer die Nummer zwei. Ach so, er fängt immer an. Er fängt immer an. Mit Schnips und Hallo Na. Und ich sage Moin Freunde, was geht ab? Das ist so schlimm. Können wir ja so machen. Ja, dann musst du ja wieder anfangen. Das macht keinen Sinn. Moin Freunde, was geht ab? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Gut. Problem war der Club Brause Frosch. Doktor Brause Frosch! Ich brauch nur nicht zwei, drei Jahre. Ich hab meine Brille nicht dabei. Oh my god. Hättest du auch vorher sagen können, du Sack. Ja, jetzt musst du so bleiben. Oh, ich muss die Kräfte erst aufmachen. Komm. So viele Knöpfe an diesem Kettlitz. So viele Knöpfe. Meine Güte, sind das viele Knöpfe. Und noch ein Knopf. Und noch ein. Der geht aber auch immer zu. Ich glaube, ich spüre es schon ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen dizzy. Ganz kleines bisschen. Soll ich Schnitt und Kumpel dazu nehmen? Hm? Gut. Du kannst ruhig irgendwie reden. Jetzt will ich noch das Brot dran machen. Lustig ist das, wann das Leben hat. So. Doktor Brause Frosch! Endlich mal wieder bei uns, bei Schoki, bei Nuki Daily. Hallo Sie, lieber Sascha. Die erste Minute ist rum. Wir haben bisher nichts aufgenommen, was uns irgendwie weiterbringt hier an der Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu Schoki, bei Nuki. Kein Format. Es ist vollkommen für die Füße, was ich hier gerade erzähle. Es ist keinerlei oder es ist vollkommen unbedeutsam für Schoki, bei Nuki. Aber der Sascha hat es geschafft, sich endlich mal umzuziehen. Ich meine, ihr wisst, dass sie das ist mit alten Leuten. Die muss ja auch bei allem helfen, ja. Der Zivi hier im Hintergrund, mit dem Sascha sich umzuziehen, ja. Hat ihm auch nochmal ein bisschen frisch gemacht. Und endlich, endlich schafft es der Sascha dann auch hier ins Studio. Ich begrüße Sascha recht herzlich, dass er es endlich geschafft hat, hier anzugucken. Läuft übrigens schon. 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 Ja, das klingt geheimnisvoller. Als wir ja nicht werden. Ja. Alter, ich geh schon mal die Mülltonne da hinten anzünden. Ja, mach das. Nicht mal weg. Cheerio mit Sophie. Ich gehe da auch. Ja, ich komm hier nicht weg.